Seid gegrüßt zu TastyBlue Ich war irgendwo dahinten stehen geblieben, hab schon lange nicht mehr gespielt, direkt mal reingucken Mal schauen, ob ich es noch drauf habe Keine Gefahr Hier kommt es keine Gefahr Das heißt, es ist ein gutes Level, um nach langer Zeit noch mal einzusteigen Wir müssen die Kontrolle über den Delfin Und das ist genau das hier, das jetzt immer größer wird Als am Ende davon das Schiff fressen Ich hab jetzt wirklich schon lange nicht mehr reingeguckt Vielleicht jetzt... Ich weiß gar nicht, was ich jetzt mal wirklich gespielt habe Vor zwei Wochen, glaub ich So kurios Ah los, was darf ich denn jetzt essen? Ah, genau Wegen diesem Kopf muss ich jetzt einmal komplett auf die andere Seite Und wegen dem, äh... Was ist dein Ernst? Jetzt darf ich den, jetzt darf ich den... Ah... Zack, kann ja nicht schnell ernst sein, ne? Den Anker dürfen wir auch noch haben Danach kommen die Hüte Dann die... Kiste Gut, nur schnell Fässer Ich nehme mal mit Ja, komm So Da kommen noch ein paar Kisten mehr Und die Baumstämme, genau Ich hasse es immer wenn du so unten am Strand schwimmen musst Das ist mit der Maus ziemlich ätzend Ich glaube hier gibt es kein Schiff, oder? Glaub es jetzt ein Schiff? Ich weiß nicht, irgendwo gab es ein Schiff Irgendwo war ein Schiff, da ist es doch Aber ich glaube das kann ich nicht essen Also ein bisschen groß Ist noch irgendwo was Ach irgendwo was, ah Bäumen, genau Da war ja was Kann ich jetzt das Schiff haben? Lass mich ätzeln die ganze Zeit hin und her eigentlich, ach, ja, wirklich. Habt schon recht gehabt und trotzdem einstellen geguckt. Äuister, Äuister, nein, bitte nicht. Nein. Ich mag das Level nicht. Das ist so, ähm, träge, langweilig. Und nach der Auster kommen wir noch drei weitere Austern. So, ah, das ist ja ätzend. Ah, das ist ja ätzend, dieses Level. Oh, dass man manche Level einfach überspringen kann. Äh, äh, diese Musik, ne, die ist so geil, dieses Urheber rechtlich geschützt. Das ist auch sehr interessant. Hup, komm schon. Lass mich, deine Perlen fressen. Da, 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 da. Da, 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 da. Diese Musik ist so fertig. Das Spiel macht mich so fertig. Da, 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 da. Da sind schon bei einer Minute. Unglaublich. Die Zeit hier vergeht. Wenn man Spaß hat. Oh, die Slavidia. Ich lieber würde ja irgendwelche Tiere fressen gehen oder so. Also so richtige Tiere. So Pinguine auf die Pinguine freue ich mich. Die Pinguine, das wird, das wird ja schön. Pinguine mag ich. Ach komm, jetzt müsste ich ja langsam mal groß genug sein, um die drei Dinge jetzt fressen zu können, oder nicht? Doch. Na, komm schon. Na, los. Jawohl. Wurde auch Zeit. So. Was ist das denn ernst? Alter, dein Ernst, das kann doch nicht dein scheiß Ernst sein. Das ist ätzend. Ich war gerade so weit. Zu fressen und dann sowas. Ich war gerade so weit. Knapp. Mann. Mann. Oh. Wieso? Ahu, tue ich mir das an. Mann. Mann. Das ist ätzend. Ich will das Level überspringen. Ich will ein anderes Level haben. Aber nicht sowas hier. Ich bin zu langsam. Ah, die habe ich trotzdem gekriegt. Komm, ich bin gleich schon so weit. Ich bin gleich so weit. Und dann... Dann geht's los hier. So. So. Toll, ich kriege die nicht, ne? Die sind einfach... So. Ich will ja... Ich versuche nur die zwei hier im Auge zu behalten. Aber die dritte ist mir zu weit weg erstmal. Ich denke mal, das reicht auch. Ich muss die zwei hier versuche zu kriegen. Aber naja, wenn ich mich auf drei konzentriere und so, bin ich wieder zu flott. Und dann bin ich wieder gefressen worden und so. Aber jetzt läuft es ja... Gut. Da fällt gerade irgendwo was, ne? Wir gehen mal kurz hier. Und dann bin ich gleich groß genug. Doch. Yeah. So. Krokodil. Ah ja, da war... Da war ja... Da war ja was. Da war ja was der Voll. Ja. Ich kenne dich noch aus alten Zeiten. Dieser fiese Map hier. Ich habe mich hier... Eine Zeit verfolgt und so. Versuch zu fressen. Und die ganzen Menschen sind hier im Weg. Ich glaube nicht, dass ich das beim ersten Versuch schaffen werde. Muss ich ehrlich sagen. Ich glaube, ich werde das hier... Fleisch verkacken. Ähm... Weil... Der ziemlich lang ist. Wenn ich dann halt, ähm... Nicht so leicht an ihm vorbeikomme. Dann versuche ich mich jetzt mal hier vorne zu halten. Indem ich ihm ziemlich aus dem Weg gehe. Und hoffen, dass er nicht hier rüberkommt. Soll er da hinten die Dinger fressen? Ist mir egal. Ist ja überhaupt. Das Ausrufezeichen war irgendwie so weit weg. Also überhaupt nicht da. Sagen wir mal so. So. Ah. Doch, aber hat es noch ein bisschen länger gedauert. Aber hat es geklappt? Alles Dicks. Ah. Nemo. Ah. Ah. Wieso werden die fässern? So. Ah. Ich hasse es. Eppah. Solche Dinger sind richtig schwer auf drei Sterne zu spielen. Weil. Ah. Kannst du ja echt nicht alles auf dem ersten Versuch hier schaffen. Wobei man denn da sowas sieht, kannst du ja eigentlich gar nicht. Weißt du, wenn du so dumm springst wie ich hier gerade, dann kannst du total in die Tonne werfen hier. Ah. So. Nein. Mann. Und den auch. Du musst jeden kleinen, jeden scheiß Fass musst du fressen. Ach doch. So. Eppah. Jetzt kann ich dich nehmen. Mit dich. Mit dich. Ah. Leben schon mal hier. So. Was ist das? Das ist eigentlich nicht am schwierigsten, aber am nervigsten. Ich glaube, da denke ich lieber irgendwo gegen die Fische kämpfen und gehe das Risiko ein zu sterben. Aber jetzt wenigstens was ich erwartet. Aircraft. Oh Gott. Ah. Das ist das hier. Eppah. Genau. Ja. Juuu. Vor allem wie viele Linger die da drin haben, mit diesem Boot hier. Wohin an, dass sie nicht schießen. Wundert mich schon. Wohin wie das aussieht. Wohin Attack Helikopter. Vielleicht habe ich der Helikopter oder so. Fighter Jet. Ich lasse ganz langsam so in der Droberhaube. Eppah. Dass das Schiff nicht untergeht mit meinem Gewicht. Ich bin schließlich 78 Meter groß, aber jetzt hat der hier wiegt. Bestimmt schon so ein paar Kilos. Einige Tonnen werden das hier sein. Schließlich habe ich mir gedacht, wie viel Metall der hier frisst. Oh. Nein. Scheiße, 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 scheiße. Alter, Alter. Ist das mies, ist das mies, ist das mies, ist das mies. So viele Raketen, so viele Raketen, so viele Raketen. Oh. Hihihihi. Boah, der Anfang war jetzt mies. Ah, super. Guck mal, wie viel Meter ich direkt schrumpfe. Das ist echt krass wieder, ne? Ist ja so ein Level, das dauert wieder Ewigkeiten. Ah. Weil du einfach nicht wachsen kannst. Ah, super. Ah, super. Also ich war auf 105 Meter, also den hab ich jetzt um 20 Meter gekürzt, ne? Ey. Das ist so mies, ne? Ich hasse sowas, ne? Man kriegt die Krise bei solchen Level, ne? Ey, du kommst da nicht durch, ne? Ich krieg's... Ich krieg's, ich kühle ich auch. Gimme. ort ist das mies, es ist das mies. Smith. Smith. Aah. Fick dich, du Reiser. Fick dich, ey. Fick dich hinter die ganze Sippe, ey. Das Problem ist ja, jetzt kommen die hier von der Seite auch noch alle rübergefahren. Öppah. Fass auf, was das denn schießt. Nein, ich konnte gerade oben den scheiß U-Boot fressen. Scheiß Schiff, mein ich. Ey, das Ding hat gerade losgeschossen, ne? Ey. Nein, ey, du kommst da nicht durch. Schieß, schieß doch. Wenn ich weiß, dass die geschossen haben, dann kann ich wegen sagen, okay, jetzt... Ja, ich kann doch oben das Boot fressen, aber ganz ehrlich, wenn ich da oben bin... Nein! Fick dich, Junge! Fick dich! Einfach ins Knie, ey. Das kann doch nicht dein Ernst sein, oder? Ja. Schieß doch. Danke. Na... Los! Ganz schnell. Ein paar Dinger da oben gefressen. Gott, so hoch schwimmen. Boah, ich darf doch nicht so da oben schwimmen. Wack. Wack, 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 Junge. Ah, ich bin schon wieder bei 100 Elfmeter, Alter. Ich war bei 140, glaube ich, fast gewesen. So, schieß, schieß. So, wenn wir dich schnappen. Du hast geschossen hier. Du hast geschossen. Du hast gerade geschossen. Dich. Ah, liebe Mädchen, ich bin mir nicht so ganz sicher, weil du das letzte Mal geschossen hast. Du hast gerade geschossen. Du? Weiß ich nicht. Du hast gerade geschossen. Du hast gerade geschossen. Du hast gerade geschossen. Ah. Böse. Bööse. So, so. So, du hast auch gerade geschossen. Du auch. Los, los. Ah, komm nicht dran. Komm nicht dran. Ich hab mich halt zerstören lassen. Du kannst gut schießen. Oder halt auch nicht. Du hast gerade geschossen. Nein, Junge. Ey. Die Raketen der Qualen, ne, kann das sein? Fick dich, fick dich. Ich bin wieder bei 87 Meter, ne, Junge, ich hab keinen Bock mehr. Radikal-Beam hier, Alter. Komm, Alter, so tief kann ich eh nicht sinken von den Metern. Ich sinke nur auf 87 Meter weiter, tiefer geht nicht. Ich bin jetzt bei 6 Minuten. Das ist so behindert, solche Level hier. Guck mal, so eine scheiß Rakete, die schießt, die strächt wieder zurück. Oh, Mann. Ich hab keine Ahnung, wie ich das machen soll. Ich weiß echt nicht, wie ich das machen soll. Guck, die zielt auf mich los. Die sich dann von mir fressen lassen, das ist auch genial. Ey. Ich weiß nicht, wie ich das so viele Raketen. Ich finde das super, wie die Raketen für mich abfangen teilweise. Könnte ich das eine Stunde so laufen lassen, ne? Dann würde sich nichts dran ändern, in der Tatsache. Dass das Level scheiße ist. Alter, das ist echt krass, Mann. Dieses Level. Ey, nee. Ich muss natürlich dieses Level durch, sonst kann ich den nächsten Level nicht machen. Das heißt, ich werde jetzt Aufnahmen beenden und es weiter versuchen, wie ich das Level geschafft habe. Weil sterben kann ich anscheinend ja nicht. Also, gehen wir zur nächsten Aufnahme, in der Hoffnung, dass ich das Level geschafft habe. Bis dann.